Eine Joe-Line, eine attraktive Kinnkontur bei Frauen zeigt Vitalität, zeigt Lebendigkeit, zeigt ein hohes Maß an ästhetisches Aussehen und das Ganze ohne OP. Schönheitsoperation, das haben wir gerade in der Statistik gesehen, dafür benötigen die Patienten längere Bedenkzeit. 2014 war es noch so, dass die häufigsten drei bis vier Jahre benötigen für eine Schönheitsoperation. Die Bedenkzeit hat sich nach unserer Erfahrung in den letzten fünf Jahren maßgeblich verändert, sodass die Bedenkzeit für Schönheitsoperation jetzt unter einem Jahr gesunken ist und das ist das, was wir hier beobachten. Die Joe-Line-Behandlung inzwischen hier ist schon fortgeschritten und man sieht hier eine schöne Kinnkontur, die dann die Vitalität der Patientin zeigt. Die Patientin ist zufrieden und kommt zehn Tage nach der Behandlung nochmal zur Untersuchung.